oh mein gott ist das dein fucking ernst wieso schreibe ich zurück siehst du da willst du nett sein und antworten nicht damit er denkt dass er nur für sich selber mit sich selbst redet und mich das gar nicht interessiert und so und dann stirbst du was soll das ist doch scheiße genau was haltet ihr eigentlich davon ich habe so eine habe schon wieder eine idee man so viele ideen was haltet ihr davon dass ich das level 31 werde ich das digimon so normal ziehen in der woche und am wochenende mache ich dann aufnahmesessions bis 41 so dass ich die 300 prozent exp mitnehmen fändet ihr das cool oder so dass ihr dann auch abwechslung habt abwechslung habt sorry da kam wieder so meine gestörte persönlichkeit rüber so dass ihr auch im lp abwechslung habt das sagen wir jetzt ich mache jetzt gleich hier eine pause mit dem und fange dann an schon mal black gato zu leveln weil das ein bisschen fixer geht und ihr die ersten paar digitationen dann schon mal seht und dann wechsle ich das nehmen wir dann auf und dann zum wochenende hin geht es weiter mit mit den beiden dann auf mega level wer hat das eine idee schreibt es einfach unten in die kommentare und kommentare sind immer erwünscht ihr habt ja jetzt schon unseren alten rekord davon ich glaube 300 wir waren bei 240 kommentare im monat jetzt sind wir schon bei über 300 also respekt leute der wahnsinn wir haben ganz viele rekorde zusammen schon gebrochen ich weiß dass ich irgendwie doch mein gott mein aufs maul zum beispiel aufrufe rekord haben wir auch diesen monat geknackt also aufrufe am tag rekord haben wir auch diesen monat geknackt wir sind mittlerweile bei fast 900 und davor waren wir so bei zu der zeit als siege man nicht kann bei knapp 300 und davor waren wir bei 600 ich glaube das höchste was wir davor hatten 600 aufrufe am tag jetzt sind wir bei fast 900 schon der wahnsinn tendenz ist sogar steigend extrem steigend also mit einem datadigimonie level ich sag mal der pure horror guckt euch das an der chicken kombo noch nicht mal voll kann performen during battle und irgendwie habe ich das gefühl das geht schneller 46 oh mein gott warum so viele aufrufe beiratet irgendwie sind die xp gleich 1, irgendwann über Bekommen Alter Motorrad Aufnehmen Oh, nein... Lelele... Geschissen... Gestern ja alles noch geschissen ist... Treff ihn doch, genau, so will ich das sehen. Sorry, mein Gott. Heute ist viel Husten und Niesen und so angesagt. Schön auf die HP noch achten, während ich schreibe. Den Smiley siehst du auch nicht oft von vielen Leuten. Den habe ich zur Anfangszeit, als ich angefangen habe im Internet umzucruisen, habe ich solche Smilies gemacht. Ah, treff ihn doch, Mann. Geht doch. Kann dein Job lernen. Und dass wir viel Check-Combo geholt haben. Ja, ich habe gerade nichts zu erzählen. Das ist mal wieder ultra öde. Deswegen wäre das mit der Idee im Team-Speak schon ganz geil. Denke ich. Vielleicht werde ich das auch gleich mal machen. Einfach mal in den TS gehen und dann werde ich auch das nächste machen. und euch Black Gatomon zeigen. Und wie gesagt, dann am Wochenende in der nächsten Aufnahme-Session wahrscheinlich dann die Mega-Level freischalten für beide. Der hat Mega schon frei, ne? Ja, hat ja. Mega-Seedramon. Oder... Metall-Seedramon, genau. Das ist ja Mega-Seedramon. Gipi! Auf Smol! Äh, auf Smol! Auf Smol! Schlag ihn! Schön! Nächster! Aber das Level-Up machen wir auf jeden Fall noch. Das steht schon mal fest. Und dann haben wir wieder wenigstens zwei Level-Ups geschafft. Dann braucht er nur noch vier. Ich kenne das Geld. Ja, dann gucken. Ja, ich hätte gestern schon für nächste Woche aufnehmen können. Wäre ich schon fertig gewesen. Hätte mich dann heute an Dingels machen können. An Diablo. Aber nein. Nein, nein, nein. Und dann, nachdem das abgeschissen ist, hatte ich einfach keinen Bock mehr. Da war ich einfach übelst mies gelaunt und hab mir gedacht so, ey, weißt du was? Fuck, yo. Übelst keinen Bock mehr drauf gehabt. Ohhhhhhh. 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 Einer Stunde oder zwei wieder zum Fitness. Ein bisschen was für den Körper tun. Ganz wichtig. Vor allem, da ich ja so krasses Zockersessions mache, in denen ich mich nicht viel bewege, außer meine Finger. und das auch nicht gerade viel. Ähm. Ja. Sport ist wichtig. Ein bisschen Bewegung zu tun. Frische Luft ist auch wichtig. Was nur wichtig ist, Kontakt zu Menschen. Mir ist egal, ob es online ist oder auch privat zu Hause oder so. Was ich, was ich zur Zeit echt zum Kotzen finde, ist, dass die Leute nicht mehr miteinander reden, sondern, äh, lieber, weiß ich nicht, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber, äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, Freunde oder Familie oder so, die sitzen nebeneinander, die sitzen zu fünft in einem Raum und anstatt miteinander zu reden, packt jeder sein iPod oder, äh, sein iPad raus, sein, 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 was weiß ich, ey, Handy oder whatever und, äh, klimpert da rum und, keine Ahnung, geht halt nur noch über Handy oder iPad oder whatever und man redet gar nicht mehr von einem Tisch miteinander und, ja, finde ich ein bisschen schade. Deswegen, ich bin auch kein riesen Fan von Handys. Ich hab mein letztes geschrottet, also, ähm, ja, aufgeregt. Andными und. Wärke! ля! Vielen Dank.